Gleich eins vorweg, das wird nicht einfach. Yo Freunde, was geht ab? Wie geht's euch? Heute trainieren wir den Sixpack und zwar ist das heute bereits das Level 4. Ich habe bereits drei weitere Videos gedreht, also Level 1, das könnt ihr euch hier ansehen, dann Level 2, das könnt ihr euch hier ansehen und Level 3 könnt ihr euch hier ansehen. Ich habe versucht eine Kombination für die seitliche, obere, gerade und untere Bauchmuskulatur zusammenzustellen und eben davon jeweils fast die schwierigsten oder eigentlich die schwierigsten Übungen. Ihr braucht absolut gar nichts außer Motivation und davon ziemlich viel, denn das ist das schwierigste Level. Ihr könnt mit mir gemeinsam dieses Training jeden zweiten Tag zu Hause absolvieren. Ich hoffe ihr seid bereit, dann können wir direkt los starten, 10 Minuten volle Power und los geht's. Ich hoffe ihr seid bereit, dann können wir hier wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh-oh-oh-oh-oh-oh Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.